rugs anfordern was können wir jetzt gerade noch bauen was nützliches ein innen hier unten und ein trading post hier oben in der nähe der gilden wobei nein wir kriegen nicht den vollen betrag zurück deswegen sollten wir eigentlich immer vorsichtig sein wenn wir sowas machen okay wir können ihn nicht da unten bauen da ist er zu nah am marktplatz also bauen wir doch hier wo ich ihn gerade hatte unsere magier kriegen gerade teilweise auf den deckel unser erster wachtturm ist abgegradet fehlt nur noch der veteranen äh die veteranen stadtwache da glaskanone der energy blast macht viel schaden so mehr rogues wir haben auch einen krieger verloren müssen wir auch wieder nach produzieren krieger wir kommen gerade übrigens auch nur so gut durch weil weil wir die einfachen die beginnerquests gerade machen die 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 quests für die späteren missionen sind um einiges schwieriger so wir können theoretisch mal hier im umfeld mal eine weitsicht zauber einsetzen ja und einen neuen wizard anheuern oh zwei neue wizards die sind da sind schon zwei wieder weggestorben wie gesagt wizard sind glaskanonen und sie sind sau teuer wenn man es sich so überlegt außer natürlich sie kriegen den blast int your highness our research in the library is complete your market place now serves you better ja how stuffy the hero is hand to hand also das ist combat und das sind attribute also es gibt wirklich attribute für die helden wir können auch hier unten durchklicken nicht nur da oben ja es ist wieder ein rog gestorben tja helden sterben normal auch er flieht um sich hier zu heilen dann sind da gilt es sind heilen sie nämlich auch schneller so ich würde sagen ich investiere jetzt mal geld um den palast abzubringen ja power grows und schon ist er tot wie gesagt ihre stats sind schlecht so gucken wir mal was können wir jetzt bauen außer der statu wir können jetzt wizard tower aufstellen aber ich will erst mal eine statu hier zwischen den gilden haben und will mir rüstungen in der gilde verbessern so ich kann jetzt wizard towers überall wo ich hin sehe kann ich jetzt wizard tower bauen beziehungsweise noch in reichweite des wizard towers die dinger werden übrigens von selber gebaut so da ist ein troll der jetzt auf die nase will da unten wieder ein bär der vergiftet war so der wizard tower müsste normalerweise auch ein schutzmechanismus haben ja genau dafür müssen wir erstmal die wizard gilde verbessern das können wir nachher machen ich will jetzt erst einmal in ein paar richtungen aufdecken ja hier könnten wir noch ein bisschen aufdecken das sieht man wenn wir hier in der karte sind sieht man so mit der minimap wie die reichweite so ist so das reicht jetzt auch erstmal gold your majesty wenn dann können wir hier unten noch ein wizard turm hinstellen oder wir können einfach mal ein bisschen verrückt sein und sagen wir hier in diese ecke ein explorer flag stehen und das lockt sogar einen helden an da ist ein level 2 wizard gestorben das ist nicht so praktisch so den marktplatz noch einmal upgraden die karawane schickt gold und wir haben gerade keinen helden der sich an der explorer flag interessiert doch jetzt haben wir wieder einen der kommt sogar schon angelaufen soverein a building has been upgraded i'm out of here hatten wir einen ok power grows und er stürmt ja der da oben findet jeder menge geld dadurch hat er schon mal ein fire shield also ja die hat scheinbar die hat auch sehr viel resistenz die blöde medusa da haben wir gerade den schlechtesten gegner für markier ich werde jetzt im augenblick keine weiteren zauberer erneuern einfach weil dies mir nicht leisten kann was kosten jetzt eigentlich wizard tower i'm out of here ok der preis von wizard tower steigt so wie es aussieht nicht an wenn wir neue bauen so teleportations amulette ah da ist direkt ein troll vor meiner burg gespawnt ok die fahne kann ich mal löschen oder ich lass ihn mal da weil sonst geht das geld verloren das ist immer schlecht wenn geld verloren geht einfacher ist es da mal ein bisschen geld zu investieren und den creature den weg zu machen so dann decken wir mal hier in dem bereich weiter auf so es ist wieder eine karawane unterwegs und wir graden mal die wizard gilde auf die braucht übrigens auch keine arbeiter zum upgraden so wir setzen noch mal eine reward flag auf den denn wow da kommen aber viele bären gerade wie gesagt die medusen sind ein problem alles andere hat keine wirklichen resistenzen nicht mal die bären die bären sind also leichtes futter so wir können mal den tower entschalten dadurch schießt er für eine weile magi bolzen auf gegner die sollten eigentlich nicht so resistent dagegen sein aber die halten halt was aus die viecher du hast keine heiltränke mehr deswegen flüchtest du jetzt besser ja man merkt die mission ist schon mal ein bisschen anfordern aufwendiger ja und wir müssen gucken dass wir die die dance los werden da ist schon wieder eine hüte medusa ein markttag bitte und dann hoffe ich mal dass das geld bald mal abgeholt wird das ist ja nicht so als ob ich nicht zwei tax collectors schon hätte ach bitte höh legt euch nicht da und mit der medusa an ihr könnt nicht gegen die gewinnen genau legt euch nicht mit den medusen an ja